Die Wahl ist geschlagen. In allen 96 Gemeinden in Vorarlberg waren die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, eine neue Gemeindevertretung und einen neuen Bürgermeister zu wählen. Ländle TV übertrug gemeinsam mit Vollat live aus dem Wahlstudio in der Raiffeisenbank Dornbirn und lieferte alle Daten und Fakten. Zahlreiche Außenteams waren im ganzen Land unterwegs, um die wichtigsten Stimmen und Eindrücke einzufangen. Das Moderatoren-Duo Gerold Riedmann und Marc Springer von Rußmedia führten durch den Nachmittag und durften zahlreiche Gäste im Studio begrüßen. Zu Beginn gleich Politikexperte Andreas Feiertag von den Vorarlberger Nachrichten zu einer ersten Einschätzung. Das Niveau der Kommunalpolitik ist in diesem Wahlkampf, der stattgefunden hat, an und für sich ein sehr gutes. Es sind primär Sachthemen diskutiert worden. Die Polemik hatte keinen großen Platz. Untergriffe sind mehr oder weniger unterblieben. Was sich gezeigt hat, ist, dass ein wirklich enorm starkes Bürgerinteresse vorhanden war. Wir haben es bei den Wahldiskussionen gesehen. Sie waren knallvoll die Säle. Wir haben sie gefühlt, Menschen mussten stehen. Das Interesse ist ein sehr großes im Vergleich vielleicht zu Landtagswahlen und vor allem auch im Vergleich zu Nationalratswahlen und ganz speziell im Vergleich zu den EU-Wahlen, die vor kurzem auch stattgefunden haben. Hier geht es tatsächlich darum, wie sieht die direkte Umgebung, in der ich lebe, aus? Wie wird die in den nächsten fünf Jahren gestaltet? Deshalb finde ich auch Gemeinderatswahlen umso spannender. Hier werden Dinge bewegt oder hier werden Menschen bewegt. Hier kommen Probleme, die jeden Einzelnen zutiefst treffen, kommen zu Tage. Hier werden Lösungen gesucht für den Menschen direkt vor Ort in den Kommunen. Dann ging es auch schon gleich an die ersten Ergebnisse. Vor allem die Kleingemeinden aus Fallberg waren recht schnell ausgezählt und man bekam schon einen ersten Eindruck, welche Parteien zulegen und welche eher schwächer abschneiden werden. Spannend wurde es dann natürlich in den Städten. Vor allem Hohenems war von Beginn an ein Hotspot. Das Ergebnis war dann auch knapp. In Hohenems steht nun auch eine Stichwahl an. Beide Kandidaten um den Bürgermeistersessel fanden dann auch den Weg ins Studio. Ich glaube, es ist wirklich so, dass auf der Gemeindeebene die Persönlichkeiten und die Personen eine sehr zentrale Rolle spielen und die Partei eine untergeordnete Rolle spielt. Das ist in allen Gemeinden so und ich nehme es auch so in Hohenems wahr. Und ich habe immer gesagt, wenn ich den Auftrag zum Bürgermeister bekomme in Hohenems, dann werde ich ein Bürgermeister für alle sein. Da spielen Parteigrenzen für mich überhaupt keine Rolle. Es geht darum, Motivation, positive Stimmung einzubringen. Und das schafft man nur, wenn man Parteigrenzen sprengt, dass alle sich einbringen können, dass man eine transparente Politik macht. Wenn gute Ideen da sind, werden sie umgesetzt. Das verspreche ich, egal von wem sie kommen, ob sie von Bürgern kommen oder von anderen Parteien. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Gute Ideen sollen umgesetzt werden und sie sollen auch von jedem verkauft werden, die die guten Ideen hatten. Das bringt Motivation und die brauchen wir ganz, ganz dringend in Hohenems. Ich habe jetzt seit 20 Jahren Politik immer wieder erlebt von Seiten der ÖVP. Wenn eine Idee von einer anderen Partei kommt, dann wird sie zuerst kritisiert, dann wird sie schubladisiert und ein halbes Jahr später als ÖVP-Idee verkauft. Und das führt zu Demotivation. Und auf Gemeindeebene, gerade in Hohenems, brauchen wir ein hohes Maß an Motivation, an Zusammenhalt und gemeinsam etwas bewegen wollen. Und das ist eigentlich mein Ziel auch für Hohenems. Für mich war der Wahlkampf eigentlich schon etwas enttäuschend. Und dass also so oberflächliche Argumente besser ziehen wie seriöse, gute Arbeit mit der Bevölkerung, mit Bürgerbeteiligung, gemeinsam mit allen Fraktionen. Es hat auch die FPÖ diese wesentlichen Entscheide um die Verkehrsberuhigung, Innenstadt, den Visionsprozess, alles mitentschieden. Und dass hier mit so oberflächlichen Argumenten gepunktet werden kann, das ist für mich schon etwas überraschend. Auch in Bregenz gab es ein knappes Rennen um eine Stichwahl. Bürgermeister Markus Lienhardt schrammte aber mit zwei Stimmen mehr als sein Herausforderer Michael Ritsch an einer Stichwahl vorbei. Natürlich ist man enttäuscht. Andererseits sage ich schon dazu, jede vierte Bregenzerin und jede vierte Bregenzer hat uns gewählt. Und dafür kann man nur Danke sagen, weil es sind doch fünf Prozent mehr wie bei der Landtagswahl. Und die Prognosen waren ja nicht unbedingt so gut, weil man hatte uns gesagt, dass es in Bregenz eine Stichwahl geben wird zwischen Bürgermeister und Andrea Kintz von dem Freiheitlichen. Ich war da eher ein bisschen abgeschlagen. Und darum sage ich natürlich, 23 Prozent ist nicht schlecht, aber trotzdem wäre eine Stichwahl schon was Schönes gewesen. Und zwei Stimmen sind halt schon bitter. In Lustenau war für den amtierenden Bürgermeister Kurt Fischer Feiern angesagt. Er schaffte ein klares Ergebnis für die ÖVP. Mit durch ein paar Jahren politischer Erfahrung und viel bei den Menschen, viel bei Luschnor, habe ich schon das Gefühl gehabt, es könnte ein ganz guter Tag werden. In dieser Dimension, das ist absolut überwältigend. Persönlich ja noch mehr Zuspruch als die Parteiliste. Das heißt, viele können sich Kurt Fischer definitiv als Luschnor-Bürgermeister vorstellen, weit über Parteigrenzen hinaus. Was tut man mit so einem Vertrauen, wenn es doch oft auch um Parteipolitik geht? Ich glaube, ein Grund dafür ist schon das, die Leute schauen sich das ganz genau an, wie war es die letzten fünf Jahre. Und es wird ja oft diskutiert auf allen Ebenen über absolute Mehrheiten. Ich glaube, wir haben gezeigt, auch ich persönlich, dass wir wirklich gemeinsam arbeiten für Lustenau. Dass das in Wahlkampfzeiten anders dargestellt wird, teilweise vom Mitbewerb ist auch klar. Aber schlussendlich gefällt das den Menschen und sie wollen das eigentlich, dass man gemeinsam arbeitet, dass gerade auf Gemeindeebene diese Parteikörlösen nicht so im Vordergrund stehen und Parteipolitik im engeren Sinne eigentlich keinen Platz hat. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut gelebt. Und mit diesem großen Vertrauen natürlich muss man, glaube ich, sehr demütig umgehen und auch in den nächsten Jahren zeigen, dass die Zusammenarbeit so funktioniert wie in den letzten Jahren. Und da sind wir nämlich, glaube ich, da können wir auch stolz sein, wie das in Lustenau gelebt wird. Und da braucht es ja alle, das kann man nicht persönlich einfach ansagen oder diktieren. Ebenfalls eine Stichwahl gibt es in Bludenz. Hier konnte der Kandidat der SPÖ, dem amtierenden Bürgermeister der ÖVP, einiges an Stimmen abnehmen. Schauen Sie, ich lebe in Bludenz, ich liebe in Bludenz. Ich habe meine Familie in Bludenz. Bludenz ist mir ans Herz gewachsen. Ich bin 49 Jahre alt, bin stellvertretender Polizeikommandant in Bludenz. Ich habe als Verkehrssicherheitsexperte die Stadt Bludenz im Verkehrswesen mitgeprägt. Und es ist meine Aufgabe nun, Bludenz wirklich als meine Stadt, als meine Heimatstadt voranzubringen. Ich glaube, dass es uns gelingen wird, mit den Partnern Bludenz neu aufzustellen. Wir müssen die Innenstadt beleben, wir müssen Synergien schaffen, wir müssen Kunst, Kultur und Tourismus in die Stadt bringen. Wir brauchen eine erhöhte Kundenfrequenz. Diese 14 Tage Wahlwerbung wird die Phase für mich sein, mich neu zu positionieren, die Themen, die wir jetzt schon gemacht haben, weiterzuführen, den Menschen uns vorzustellen und versuchen, den neuen Bürgermeister der Stadt Bludenz vorzustellen. Ich bin der neue, ich bin der neue Bürgermeister für Bludenz und das möchte ich erreichen. In 14 Tagen am 29. März 2015 sollten die Bürgerinnen und Bürger den Wunsch verspüren, mich zum Bürgermeister zu wählen. Als Abschluss des Nachmittages war dann noch Landeshauptmann Markus Wallner im Studio, der sich mit Gerold Riedmann über die Ergebnisse im Land so unterhielt. Manche Wähler müssen immer schmunzeln, wenn Politiker, die natürlich klar mit Parteifarben verbunden sind, über Gemeinderatswahlen sprechen, denn die Wahlplakate in Gemeinderatswahlkämpfen und Bürgermeisterwahlkämpfen haben es ja immer gemein, es ist kein Parteilogo zu finden, weder von der ÖVP noch von der SPÖ, geschweige denn vielleicht manchmal von der FPÖ, nur die Grünen haben das in Parteifarben gehalten. Ist das immer Taktik jetzt in Gemeinderatswahlkämpfen, die Partei außen vor zu lassen oder dann zu nehmen, wenn es ein bisschen was bringt? Also ich glaube, da gibt es auch keinen durchgängigen Trend und wenn überhaupt, kann man vielleicht feststellen, dass auf Gemeindeebene, aber das ist eigentlich nichts Neues, sich die klassischen Parteien eher etwas zurücknehmen müssen. Das ist fast durchgängig der Fall, bei einigen mehr, bei anderen weniger. Wir erleben das seit vielen Jahren auch bei der Volkspartei schon, auch in meiner eigenen Gemeinde, da wird klar unter ÖVP-Fragstandskandidiert, aber es sind natürlich auch Unabhängige dabei. Es sind Leute dabei, die nicht Parteimitglied sind. Das heißt, es hat eine Listenverbreiterung stattgefunden. Es gibt da und dort auch Listen, die zusammengehen oder wenn ich an die Gemeinde Dalas mich jetzt erinnere, wo aus mehreren Parteilisten von früher eine einzige Einheitsliste geworden ist mit einem ÖVP-Bürgermeister an der Spitze, dann kann man sich fragen, was ist das im Ergebnis? Das ist keine reine ÖVP-Liste, keine SPÖ-Liste und was auch immer. Das ist eben eine Einheitsliste mit Bürgerinnen und Bürgern von verschiedenen Parteien, mancher völlig unparteiisch oder einem Bürgermeister, der eben bei der ÖVP ist. Also man stellt fest auf Gemeindeebene, dass eher ein Rückzug der klassischen Parteien vorhanden ist und sich eher Bürgerlisten etwas breiter aufstellen. Und das geht auch in die etablierten Parteien hinein. Für uns ist das gar nicht so neu, dass wir uns auf Gemeindeebene deutlich verbreitern. Im Übrigen ist das gar kein so schlechtes Zeichen. Ein spannender Wahlsonntag ging dann zu Ende und das Wahlstudio in Dornbäden wurde wieder abgebaut. Man darf gespannt sein, wie es bei den anstehenden Stichwahlen ausgeht.